Valentina Michaelovna lebte alleine. Sie war bereits 85 Jahre alt. In einem so hohen Alter ist es sehr schwer, alleine zu sein und alles selbst zu tun. Die Kinder hatten oft vorgeschlagen, dass die Mutter in die Stadt ziehen solle. So wäre es für sie bequemer, sich um sie zu kümmern, während Valentina Michaelovna im Gegenzug dabei helfen würde, auf die Enkel aufzupassen. Die alte Frau hatte nichts dagegen. Sie verstand schließlich, dass es den Angehörigen nicht leicht fiel, sie oft zu besuchen. Die Frau lebte 200 Kilometer von der Stadt entfernt. Der einzige Grund, warum Valentina Michaelovna sich nicht entschied, umzuziehen, war der Hund Scharik. Ihn mitzunehmen war nicht möglich. Scharik war ein großer Straßenhund, er war es nicht gewohnt, in einer Wohnung zu leben. Außerdem lebten bereits vier Menschen in der Dreizimmerwohnung neben Valentina Michaelovna. Wohin also mit Scharik? Dennoch verstand sie, dass es keine andere Möglichkeit gab, sie musste in die Stadt ziehen. Ein Freund ihres verstorbenen Mannes, Viktor Nikolewitsch, stimmte zu, auf den Hund aufzupassen. Er lebte weit weg von Valentina, Michaelovna, also beschloss er, Scharik in seinen Hof zu holen. Als Valentina Michaelovna den Hund zu Viktor Nikolewitsch führte, schaute Scharik nur verwirrt um sich. Er war es nicht gewohnt, mit seiner Besitzerin spazieren zu gehen. Als die Frau den Hund bei dem fremden Mann ließ und ging, begann er laut und verzweifelt zu bellen. Er sah nicht, wie Valentina Michaelovna hinter dem Tor in Tränen ausbrach, denn der Hund war ihr sehr wichtig. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Verstehe deine Besitzerin. Sie hat dich nicht verraten, es haben sich einfach die Lebensumstände geändert. Lass uns gehen, ich zeige dir deine neue Hütte, sagte Viktor Nikolewitsch und streichelte Scharik. Der Hund kannte diesen Mann, aber er konnte nicht glauben, dass er wie ein gewöhnlicher Gegenstand weggegeben wurde. Am nächsten Morgen fand der Mann Scharik nicht im Hof. Er hatte sofort eine Ahnung, wo der Hund war. Der alte Mann blieb kurz sitzen und machte sich dann auf den Weg, den Ausreißer abzuholen. Viktors Nikolaevichs Vermutung bestätigte sich. Scharik saß vor seinem alten Zuhause und starrte mit unerträglicher Qual in den Augen auf es. Valentina Michaelovna war nicht mehr dort, die Kinder hatten sie eine Stunde nachdem die Frau Scharik abgegeben hatte abgeholt. Deine Besitzerin wird nicht zurückkehren. Versuch zu verstehen, mein Freund. Dieses Haus wird bald verkauft und neue Leute werden darin leben, sagte der Mann und weinte. Erstaunlicherweise verstand Scharik nach diesem Monolog alles. Er versuchte nicht mehr, in das alte Haus zu entkommen. Bald zogen tatsächlich neue Leute ein. Scharik liebte seinen neuen Besitzer aufrichtig, der liebevoll mit ihm umging. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.